Hi Ladies! Bella hat mich gebeten für sie ein Outfit für Schwangere zu kreieren und wie ihr seht, habe ich diesen Gefallen getan. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unbehalte vom Video findet ihr auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Bella ist zum ersten Mal schwanger und stellt fest, was für eine Herausforderung ist, ein passendes Kleid zu finden. Und hier habe ich sie an die Hand genommen und dieses wunderschöne Babydoll-Kleid von Free People für sie herausgesucht hat. Und wie ihr seht, auf den ersten Blick, diese Knitteroptik sticht sofort heraus, denn der Stoff ist ein sehr, sehr leichter, lockerer Stoff, für diesen Sommer perfekt geeignet. Und dadurch, dass es so schön verflochten und verwogen ist, gibt es eurer Figur diesen etwas gewissen Kick sozusagen. Denn schaut mal genau hin, typisch für ein Babydoll-Kleid, dass die Taille sehr hoch, knapp unter der Brust gehalten ist, hat auch den Vorteil, dass der Schwangerschaftsbauch perfekt in Sehne mit diesem wunderschönen Stoff gesetzt wird. Und ganz wichtig, gerade bei diesem Kleid, dieser wunderschöne tiefe Dekolleté-Ausschnitt mit der kompletten Verzierung mit Spitze, was sich bis in den Rücken reinzieht und somit euch eine Rückansicht bietet, die ja mehr als nur herrlich ist. Und wenn ihr euch diesen rückenfreien Ausschnitt oder es eigentlich komplett rückenfrei anschaut, sind diese wunderschönen, ja zarten, dünnen Strips, die das Kleid quasi komplett halten und um mich herum von vorne bis hinten eine Figur bilden, was herrlich ist. Also egal, ob man euch von hinten als Aster sieht oder von vorne, man wird erst bedenken, wow, was für eine Frau. Und mit so einem Kleid könnt ihr mit eurer Schwangerschaft ja komplett nur alles richtig machen, gerade wie gesagt bei warmen Sommertagen wie jetzt und so. Und das Kleid ist nicht alles, denn Bella wollte ein Komplett-Outfit, denn zu so einem schönen Kleid empfehle ich euch ein paar Boots, die etwas verspielt, aber auch maskulin sind, sag ich mal. Und da, wie gesagt, diese wunderschönen Velourleder-Boots mit diesen wunderschönen verzierten Schneilen dran, durch diese Optik, wie jetzt hier ist, tut er sich quasi in das Kleid, in das Outfit integrieren und ein Komplettbild geben. Wenn man ihn so alleine sieht, denkt man, ja, ein bisschen sehr markant, aber ruhig bei so einem Kleid markant mit den Schuhen ruhig auftreten, denn ihr seid markant mit dem Bauch. Es ist nicht zu übersehen, somit könnt ihr das auch quasi in Woge bringen. Ihr versteht, was ich meine? Tut euren Bauch beispielsweise mit auffälligen Schuhen, nicht Bling-Bling-Schuhen, sondern mit maskulinen Schuhen sozusagen, mit Kontrast aufwerten, dass sich das symbolisiert im ganzen Outfit. Und dann habt ihr schon bei den Boots und bei dem Kleid alles richtig gemacht. Was ganz wichtig ist für Schwangere, obwohl nicht nur für Schwangere, ich denke mal auch für alle anderen Frauen, ist die Handtasche, um einfach für alle Möglichkeiten vorzubereiten sein. Denn es sollte wie diese Handtasche, diese Bust-Handtasche, eine sein, wo genug reinpasst, wo man drinne schöne Fäsche hat, dass man nicht Ewigkeiten in den Schlüssel oder das Handy sucht. Und variabel ist, wie beispielsweise hier, dass man auch den Umhängerriemen einfach abmachen kann und so tragen kann, wie man will. Mal abgesehen, dass Bust dieses Jahr der Trend ist. Und somit habt ihr ein Outfit mit der Tasche, mit dem Boot und dem Kleid, was euch ja als Schwangere, gerade als Schwangere im Mittelpunkt stehen lässt und sehr, sehr hübsch aussieht. Einem was fehlt noch? Das E-Pünktchen. Denn zu so einem Kleid und so einem Outfit empfehle ich euch so eine wunderschöne vergoldete Kette, die sich quasi in das Kleid herein, ja, als wäre es dafür geschaffen sozusagen. Denn bei so einem wunderschönen, tiefen, dicker Outfit, eine lange, goldene Kette, weil das sich in der Farbe so wunderbar schön widerspiegelt, geschaffen. Das E-Pünktchen, das perfekte Krönchen. Und wie ihr seht, hat auch noch diese wunderschöne Spitze, ja, Form von diesen Ornamentblättern und dem Stein, das... Also, wenn ihr euch dieses Kleid holt, diese Kette ist Pflicht. Es ist eine perfekte Mischung. Und wenn ihr, wie Bella, so ein wunderschönes Kleid, Outfit und Co. auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unterhalb vom Video, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und der zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?